Moin zusammen und willkommen zurück zu Zelda Link Between Worlds. Im letzten Part haben wir den letzten Dungeon erledigt. Danke, danke dafür. Danke, dass ich das endlich hinter mir habe. Da habe ich schon die ganze Zeit entgegengefiebert und jetzt habe ich es endlich geschafft. Und wir haben jetzt alle Weisen befreit. Sie haben zusammen das Treiforst des Mutes besporen, dass wir uns jetzt nehmen dürfen. Und es führt ein kleiner Weg nach da oben, indem wir es einfach mal bestreiten. Die Menschen können stolz darauf sein, einen Helden wie dich unter sich zu wissen. Ich hoffe, dass nun auch endlich die Missküse gegen meine Untertanen das erkennen. Du hast dich als wahrer Held bewiesen. Ich bin stolz auf dich. Unsere Kraft soll dir gehören. Rette Hyrule, rette die Prinzessin. Du bist also der Held. Es ist mir etwas peinlich, dass ich angenommen hätte. Ich wäre es. Du bist auch ein Arsch. Oh, Götter von Hyrule, steht unserem Helden Link bei. Du hast es geschafft, Link. Es kann sich mein Vater keine Schlafmütze mehr nennen. Naja, vielleicht doch. Ja, auch wenn ich ein Held bin. Ich werde immer noch verschlafen. Und da ist es. Du hast es Treiforst des Mutes erhalten. Yay, und weg ist es. Link, Held von Hyrule, was ist immer. In dir holt die Kraft der Götter. Du hast die Macht, Jugos finstere Pläne aufzuhalten. Begib dich nun in die andere Welt und suche Schloss Lorule auf. Du hältst, hältst zu unserer anderen Schicksal in deinen Händen. Na, ich werde dich unpositioneller beten, auf dass ihr unversetzt zu uns rücken möget. Okay. Wir retten jetzt die Welt. Auf geht's. Jetzt kriege ich nicht meine Panik, Alter. Ich habe doch jetzt nur das Treiforst des Mutes erhalten. Mann, das ist nichts besonderes. Was? Willst du eine Pause machen? Du spinnst wohl. Alter, was redest du für ein Kack? So, jetzt sieht auch der Status richtig schön aus. Wir haben richtig schön was zusammengesammelt. Aber da fehlt ein Herzteil. Das tut schon ein bisschen weh, aber was soll ich machen? Ich bin zu doof für das blöde Spiel. Ich gehe jetzt Maimais suchen. So. Ja, bevor wir in das Schloss gehen, möchte ich erst eine Maimais haben. Und wir werden mal hier oben im Spiel weit anfangen. Ja, ja, ich höre dich doch. Da fällt mir ein. Wusstest du, dass es Orte gibt, zu denen du nur mit der Hilfe eines Huhns kommst? Ja, weiß ich. Aber ich möchte jetzt erst mal anfangen, die ganzen Maimais zusammenzukramen. So. Dann suchen wir mal. Halla. Halla. Mai, Mai. Nein, hier ist keins. Das macht aber auch nichts. Hier müsst ihr mal ein bisschen rumlaufen. Dann finden wir schon welche. Ich möchte gerne meine Maimai-Karte überhalten. Das wäre ganz schön. Wüsste ich nämlich, wie viele Maimais es hier gibt. Ah! 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 Hör auf! Geh weg! Ich höre ein Maimai. Maimai? Maimai? Da waren es hier nur noch zwei. So. Ist hier noch irgendwo Maimai? Hier noch irgendwo Maimai? 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 Ich höre Maimai! Ich höre ein Maimai! Ich weiß, wo es ist! Und ihr hört jetzt auf mich mal mit eurem blöden Bomben zu beschmeißen! Gott. Das hat einen Stress. Hä? Übrigens hat sich die Musik verändert. Immer so nebenbei. Maimai! Und... Maimai! Da war es nicht. Da ist es! Es klebt an der Wand. Ich dachte, die wäre unterm Stein. Meine Güte! So, da war es nur noch eins! So. Ich weiß, dass du da warst. Habt es genau gesehen. So. Ist hier noch irgendwo ein Maimai? Maimai! Es wäre schön, wenn es sich zeigen würde. Das kleine Maimai! Da unten ist es! Das arme Maimai! Er ist übers rübergetrappelt. Gut. Dann... Ähm... Fliehen wir mal. Zu Schmiede? Ja. Ich bin mir zu Schmiede. Irgendwie gibt es plötzlich mehr Monster. Das hatten wir schon. Da 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 da! Da 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 da! So. Zwei Maimais gibt es hier. Und das Gebiet ist groß. Dann schauen wir mal. Ich war eigentlich schon überall. Dann räuchen wir nochmal. Ob es hier nicht irgendwo... noch ein Maimai gibt. Was ich haben muss. Stop! Hier ist Eis! Das hatte ich noch nicht geholt, ne? Ja! Ja! Das halten wir noch nicht. Da 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 da! Da kommt ne Katze angedacket. Und läuft mir über den Schreibtisch. Cleo, hau ab! Cleo, du bist grad ein bisschen fehl am Platz. Weg ist sie. Wenn man sie ignoriert, läuft sie irgendwann auch von alleine weg. So. Ähm. Ich glaub hier in der Stadt waren keine mehr. Gucken wir mal trotzdem eben. Das hier ist doch irgendwo über See. Eigentlich hab ich... Gott! Das chillt. Ich meine, ich halt alle Maimais hier. Das hab ich auch. Ach. Muss das Gebiet so groß sein. Hier ist auch nix. Wie es ihn total zerreißt, ne? Kaputt. Ne. Hier waren keine Maimais mehr. Ich bin ja nicht mal gründlich, was sowas angeht, ne? Wenn ich so irgendwo Maimai höre, dann bin ich ja gleich hingerannt. Wir sind nur irre. Maimai! 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 So. Da links war das Spiel. Da hatten wir das Maimai ja eingesammelt. Da hatten wir das Maimai auch. Ich weiß, wo noch eins ist. Äh. Stirb. Sammle dich mal eben ein. Oh yeah! Die arme Musik. Und ich grad hier bin. Und ich weiß, dass hier ein Maimai ist. So. Dann gehen wir mal zurück. Wiu, 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 wiu. So. Ich geh mal meine Maimai-Karte wieder so. Wo? Wo ist das letzte Maimai hier? Maimai! Ich find' dich schon! Kannst dich vor mir nicht verstecken. Ich werd' dich holen. Oh mein Gott! Ich werd' es töten! So. Ah! Da ist es! Stirb! Und nicht ich! Da triff' ich! So. Mein Maimai gerettet. Ich bin auf dem Gebiet, wo voll viele Maimais noch nicht geholt haben. Aber ich glaub' ich weiß, wo ein paar sind. So. Ähm. Ja, laufen wir nochmal durch. Mal hier rauszukommen. Es geht schnell. Sind die jetzt alle weg? Ich glaub' die sind jetzt alle weg. Kann das sein? Oh ja. Haben sie verdünnisiert. Okay. Ich glaub' diesen Riss... Hab' ich den Riss hier unten eigentlich aktiviert? Ne, hab' ich noch gar nicht. Gehen wir mal hier durch. Ich muss hier einfach nur so bläh! War da oben nicht auch noch ein Maimai? Hab' ich das schon geholt? Ist hier jetzt grad' gar nicht mehr. Hab' ich das schon geholt? Ist hier jetzt grad' gar nicht mehr. Nein, das hab' ich noch nicht geholt. Was in der Darkburg an der Wand geklebt hat, das hab' ich schon geholt. Aber das hab' ich noch nicht geholt. Holen wir das mal eben schnell. Ja, schnell betonen wir... Ja, das ist immer so ne Sache. Hallo Mai Mai! So. Ta-da-ta-ta! So. Hallo! Tschüss! Yay! Wiu, 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 wiu! So. Da klebt ja da oben irgendwo eins an der Wand. Das weiß ich auch noch. Ah, das lebt! Ah, es lebt! So. Das Maimai hab' ich hier schon. Ich möchte gerne noch eine Karte haben. Aber ich weiß, wo die sind. Glaub' ich zumindest. Hab' ich so ganz dunkel in Neon. Müssen wir erstmal hier raus. Bitte, 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 bitte. Hier war ja keins mehr. Gucken wir trotzdem noch mal nach. Gucken wir trotzdem noch mal nach. Sonst übersehe ich noch etwas. Und das wäre natürlich nicht so schön. Nein, hier war keins. Also gehen wir zurück. Ta-da! Ta-da! Das Maimai hier hab' ich ja schon. Los, Biene! Los! Zeig's ihm! Mach ihn fertig! Los! Ich treff' die auch einfach nicht, dann geh' ich jetzt. Das wird so blöd! Da war ja nix drin. Fällt aber so auch nix raus, ne? Hier ist ja eigentlich ne Brücke, ne? Die ist ja auch nicht da. So. Mai, Mai? Mai, 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 Mai. To Mai, Mai! To Mai, Mai! To Mai, Mai! To Mai, Mai! Das Mai hatte ich ja hier. Das war ja hier oben drauf. Oder hab' ich mir den Kopf angestoßen? So. Denken wir mal weiter hier hin. Da ist nix. Aber in dieser Ecke waren wir ja noch gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ich sollte mich verschämen. Hallo! Hallo! Und Stein! Das ist auch kein kleines Mai, Mai. Hier ist, glaub' ich, irgendwo ein Mai, Mai. Ja, ich hör' schon eins. Ich hör' schon. Das ist ein Stück Wasser. Ich hör's, aber ich seh's nicht. Wo ist es nur? Mai, Mai! Ich werde dich retten! Wo bist du? Mai, Mai! Äh! Da ist es! Mai, Mai! Da ist ein Riss übrigens. Äh! Äh! So. Riss aktivieren. Wo wir den vielleicht nicht brauchen, aber wir aktivieren ihn jetzt. Wiu, 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 wiu. Dann bin ich nämlich hier am Wasserfall. Wiu, 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 wiu. So. Ich geh' mal mal. Nimm mal diese Mai-Mai-Karte weg, ne? Komm, hier nicht rauf. Das ist doof. Das ist ganz doof. Gehen wir halt hier rum. Hier entlang. Äh, äh. Immer dieses Geschwimme. Autsch. Das war mein Hintern. So. Raus mehr. Raus mehr. Raus mehr. Scheiß Viecher, ne? So. Hier war nix. Jetzt rüber. Ist kein Mai Mai. Wirklich nicht? Auch nicht, wenn ich ein bisschen horche? Nein, wirklich nicht. Okay, dann gehen wir da jetzt rüber. Ne, ne. Zack. Mai Mai! Ich rette dich! Halt aus! Da waren es nur noch zwei. Ja, das ist ja alles damit und... Was bist du denn? Lass mich hier leben. Hier, nimm. Danke. Das reicht doch, oder? Nö. Nimm das hier. Danke. Immer noch nicht genug, nein. Wenn du mich am Leben lässt. Immer noch nicht genug, nein. Verschone mich. Hast du jetzt genug? Nee. Letztes Mal. Ja, jetzt ist aber genug, ne? Ja, ja, schon. Gerittet, danke. Weil wenn wir das so offen machen, dann greift wir uns irgendwann an. Das könnte ein bisschen wehtun. Das tut ein bisschen weh. Das muss nicht sein. So, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ja. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Hilfe. 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 Scheiß, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Hm, da habe ich mich etwa verratzt. Ich habe mich verratzt. Aber ich muss da doch irgendwie wieder hochkommen. Ich habe das letzte Mal auch geschafft. Da bin ich auch wieder hochgekommen. Was? Wie habe ich das gemacht? Hui! Nee, so geht's nicht. Mist. Da müssen wir den Weg halt nochmal laufen. Ich komme jetzt sonst nicht weg. Das ist schön mit Mama Mai Mai. Weil ich möchte einfach nur weg jetzt. Komm mit. So, jetzt hier rum. Darum. Stirb. So, und wieder hoch. Stirb. Stirb. Stirb nochmal, du unerschädel. Hilfe, da ist ein Abgrund. Dabei mag ich Abgründe doch so gerne. Da kann man schon runterspringen. Aber ich sollte es manchmal lassen. So. Was tut man nicht alle so, um ein paar Mai Mai zu retten? So. So, geht durch. Da ist ein Riss. Mai Mai? Kein Mai Mai. Schade, das Mai Mai ist nämlich da oben. Eh. Irgendwo hier. Da ist es. Hallo Mai Mai. Da ist, glaube ich, eins noch hier, ne? Ja, eins ist noch hier. Ich gehe aber mal kurz durch den Riss. Da haben wir ja schon fast eine Mai Mai zusammen gesammelt. Hui. So. Hallo. Tschüss. Hallo, tschüss. Hey. Ich weiß, hier ist jetzt nichts runter. Aber ich bin wieder draußen. Mal gucken. Mein Mai. Die sind überall. Versteckt. Ich muss sie nur finden. Damit ich weiterkomme. Jetzt kann ich wieder meinen Laser schießen. sterben. Sterb. 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 So. Das letzte Mai Mai. Stimmt irgendwo im Wasser. Verkackten. Pseudo-Suras. Da ist es. Mai Mai. Und das letzte Mai Mai. Der Dackewild. Aua. Da waren es nämlich nur noch vier. Ja. So. Gab es sonst noch irgendwas? Ich glaube nämlich nicht. Hier ist nur ein neuerlischer Wasserfall. So. Ich haue mal eben schnell hier ab. So. Und. Ich gehe mal zu dem Spalt hin. Ah. Fliegeviecher. So. Und gehe hier durch. In meine Welt. So. Mai Mai Karte aktiviert. Suchen wir. Die Mai Mai. All das Mai Mai. All das Mai Mai. Mai Mai Mai. For me. I need all the Mai Mai. So ein bisschen horchen. Los. Go Biene. Go Biene. Da ist kein Mai Mai. Kein Mai Mai. Auch kein Mai Mai. Hier ist Mai Mai. Auch kein Mai Mai. Kein Mai Mai. Stirbschild. Mai Mai. Mai Mai. Ist da Mai Mai. Was zieht das noch zum Mai Mai Gebiet? Natürlich nicht. Die Königin ist weg. Oh mein Gott. Was ist passiert? Du hast die Könige getroffen? Was? Sie sind für die Worte. Ich habe mir schon solche Sorgen gemacht. Wo sie so lange bleibt. Ja. Ist alles in Ordnung. Jetzt drehen ich ab hier. Ja. Wasserfall. Ist ja gut. So. Dann schwimmen wir mal den Fluss ab. Und suchen das Mai Mai. Wo ist es denn? Das süße Ding. Ich hätte gerne meine Mai Mai Karte. Kein Mai Mai in Sicht. Ja. Kein Mai Mai. Wenn ich kein Mai Mai höre. Dann bin ich hier falsch. Mai Mai. Mai Mai. Wer ist Mai Mai? Mai Mai. Mai Mai. Mai Mai versteckt hinterm Wasserfall oder so. Auch kein Mai Mai. Nix Mai Mai. Hier Mai Mai. Ich höre eins. Ich höre eins. Ich höre eins. Ich höre eins. Da ist es. Da ist es. Da 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 da. Und jetzt müssen wir wieder nur in den Wald. Und anderen Mai Mai's noch holen. Wo die angedackelt kommen und mir irgendwie was im Kopf hauen oder so. Ich möchte mich jetzt in den Wald. Jetzt Mai Mai's holen. Das werden wir wohl in diesem Bad noch schaffen. Das ist ja gut. So für Robina habe ich nicht. Was auch immer die Rede da gelabert hat. Das ist mir jetzt gerade so snuppelt. So. Mai Mai's. Mai Mai's. Mai Mai's. Wie viel neue Klingelton? Mai 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 Mai. Da ist ein Mai Mai versteckt und hat diesen Stein. Hallo Mai Mai. Tada. So. Hühnchen. Autsch. Hier ist kein Mai Mai. Mei Mai Mai. Nein, im Busch ist auch kein Mai Mai. Da ist auch kein Mai Mai. Ist da Mai Mai? Da ist auch kein Mai Mai. Ist ja nicht. Da ist auch kein Mai Mai. So. Hier Mai Mai. Da ist Mai Mai. So, Mai-Mai. Da war es nur noch ein Mai-Mai. Da ist noch eine Kiste. Nimm einfach mal mit, weil sie gerade da ist. Wow, das hat sich gelohnt. Stirb. Hier war ja das Herzteil. Mai-Mai. Mai-Mai? Kein Mai-Mai? Ist das bei dem Master-Schwert ein Mai-Mai? Wollen wir mal gucken. Da, wo das Master-Schwert war. Ist das hier ein Mai-Mai? Nein, jetzt kein Mai-Mai. Das wäre es jetzt doch, wenn hier ein Mai-Mai wäre. Nein, kein Mai-Mai. Ich suche da nur ein kleines Mai-Mai. Das muss hier doch irgendwo sein. Bei dem Typ ist es ganz bestimmt nicht. Mai-Mai von Mai-Mai. 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 Das Gebiet gehört auch dazu, ne? Ja, das gehört auch dazu. Mai-Mai. Mai-Mai. Kleines Mai-Mai. Ich will dir doch nicht. Hast du gerade gehört? Da kommen nur Äpfel raus. Link ist ganz schön verfressen. Mai-Mai. 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 Kleine Mai-Mai. Das Mai-Mai hier hatte ich ja schon. Mai-Mai. Mai-Mai. Kein Mai-Mai. Kein Mai-Mai. Kein Mai-Mai. Ich suche nach dem letzten Mai-Mai. Tschüss. 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 Da ist es. Das letzte Mai-Mai. Wuhu. Wuhu. Oh, not. Wir haben alle Mai-Mais. Wuhu. Freude. So. Jetzt können wir auch beruhigt den Part wenden. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in unserem nächsten Part wieder. Wo wird es zu Mama Mai-Mai gehen und ihr die letzten Mai-Mais geben? Also. Tschüss. Und bis dann. Tschüss. 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 Ja? Ja?